Herzlich Willkommen an der Watch! Na, vielleicht kommst du gleich mit glatten Arme da raus, ne? Wollen wir mal sehen? Jetzt geht's los! Wir fangen ganz vorsichtig an, damit sich der Magen dran gewöhnen kann. Ganz vorsichtig! Wir fahren die Gutaussehne mal nach vorne, okay? Moment, ja natürlich! Sie müssen ganz nach vorne! Wir fahren weiter! Wie gut aussieht denn nach vorne? Auf jeden Fall! Ja, auf jeden Fall! Na ja, okay! Jetzt geht's los! Ready, wir starten! Auf jeden Fall! 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 Herzlich Willkommen! 40 Meter hoch über Oberhausen! Da würde ich sagen, ich hoffe ihr habt eine Zauberlöse dabei! Und einen kleinen Wechselschwimmer! Denn jetzt geht's einmal um die Welt! Einmal um die Welt! Einmal um die Welt! Einmal bleiben los! Dann ist ein Feld! Dann ist ein Feld! Wir tanzen zusammen, aber es ist ein Morgen der Lippen! Ja, aber es ist ein Feld! Und dann ist ein Feld! Ja, was? Ja! Mit der linken Hand bitte! Mit der linken Hand bitte! Mit der linken Hand bitte! Mit der linken Hand! Auf und der reihe! Und das ist das andere Lipps! Den Organsperliner ausweist! Jungen-Teutel! Und Lipps-Fahnsinn! Einz-Fahnsinn! 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 Naaaa! Hat's gekribbelt in der Magen-Gegend? Das, meine Lieben, war das klitzekleine Kribbeln in der Magen-Gegend? Ihr habt was anderes bestellt? Ihr wolltet den Magen durchkommen? Und den machen wir jetzt! Ich hoffe, ihr habt keinen Fisch gegessen! Das kleckert immer so! Das Ding hat einen Streuwinkel! Bis nach Duisburg, Primmersheim! Und wieder zurück! Achtung, fertig! Wir ruhen euch! Achso! Sollt ihr jetzt irgendwas schiefgehen während der Fahrt? Ne? Ich bin die Erste, die weg ist! Joy, Joy, Joy! Wer kommt jetzt? Jetzt geht's los! Zu spät! The point of no! Reach on! Jetzt geht's los! Hola! Wir standen die Mordschorren in den siebten Himmel! Ich bin die Mordschorren in den siebten Himmel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter vor Bordensquatsch. Wer keine Ängste und keine Sorgen kannte, Le voilà, 85 Meter hoch über Oberhausen. Kann ich mir mal vorstellen, ich bin die Angst. Ich bin der Couset, ich bin die Sorge. Manchmal kommt man auch im Blödsinn, ne? Joa, ja, habt ihr ja wieder aus dem Bord heraus entschieden. Entnutzt ihr jetzt nichts, ne? Ihr seid Freifallschurgen, ihr habt hier zwei Optionen. Wir können jetzt nach oben so lange stehen bleiben, bis das auf Oberhausen oder auf Gebursen seid. Oder... Oder wir spielen wieder ab, hart und färisch. Die Ruhe vor dem Sturm, der Anfang vom Ende. Und wenn wir jetzt die Branschen loslassen, fallen in Borgio die Kappeseckerei hinweise um und in China. In China, da wackelt die Mauer. Das ist nicht so großartig. Ich bin zufrieden, nicht so großartig. Und ich bin zufrieden, In China, wir bekommen. Wir sehen, auf die Welt. Hier sehen wir uns überprüfen, Es ist ein travail. Ich bin zufrieden,